die spiel voll mit die spiel voll mit jetzt müssen ja jetzt müssen wir nur gucken er ihm ist da irgendwie jetzt versuchen der übernahme ich habe keine karte ich kann also gar nicht gucken ich könnte eine über in der Nähe des staatsgefängnis machen Prozent in Froschhoff da können wir uns ein bisschen die restlichen Leute postieren und dann können wir auch im Staatsgefängnis gleich dann weiter hinfliegen und alle Leute rausholen ja wir haben das hier mal also wir laufen ein bisschen rum ist alle Bomben weg sind Steig aus Laufland ne äh macht doch einfach die Containers die da rumstehen macht hier einfach auf die über diese schräg sind die fliegen darüber und dann gehen die ganzen Bomben auch hoch nee ich würde sagen wir machen was du hast du hast du hast du weißt du wo die alte das alte Militärgelände ist oberhalb von Kabbala warum dahinten wo willst du denn du brauchst ich werde immer noch dafür dass ich mir das das Froschhoffs machen was Froschhoff und in der Nähe ist ein bisschen oder hast du noch einen zweiten der den Polizisten an Töten bei den Orca raus lass mich den bitte fliegen irgendjemand muss den Polizisten töten äh ich komm gleich wieder England mit wem bist du denn unterwegs ich bin mit Robert ok Robert hast du ne Waffe nein ich hab mein Heli wie ihr müsst euch ne Waffe besorgen und dann am Staatsgefängnis so Achtung warte der redet mit mir Achtung Ruhe Ruhe ey ich so verliert man immer nur bei den Fahrzeugen gehen ich hab schon 20 Helis davon verloren alter es fliegt so hoch genau ich möchte dass sie mich begleiten Jaja also wo machen wir jetzt die Übergabe Froschhoff Froschhoff aber ihr müsst den Polizisten ihr müsst den Polizisten versuchen zu töten der da kommt das ist ein Polizisten ey sorry dass ich meld mich vor Dach mich hier ab weil das nervt mich hier mit dem scheiß explosiven Bug hier auf ich bin fast durch den Knast durchgeglitscht aber leider ist dann ein Container auf mich drauf gefallen also viel Spaß noch ich bin draußen ja wie ist denn das geschafft in der Ecke warte Zeit mal bleib mal da schief stimmt ne mit dir warte wir fliegen jetzt zum Polizisten im Knast ne ja ok warte die fliegen jetzt mit mir zum Polizisten nach Pyogos in welcher Ecke denn du bist du hier ja hier du musst da in die Ecke reinlaufen und dann Y drücken äh haben wir hier einen kleinen Officer hier ne die haben uns da einfach stehen gelassen vor allem die Typen die wollen erst das Menschenleben retten das ist aber finde ich auch gut ähm ja genau jetzt ist ganz wichtig ist es nur einer hier noch äh ja keine Ahnung auf jeden Fall und dann Y ich bin in Deutschland ok ja ich bin draußen ja ja ok komm lass uns ein bisschen weg werden hier ja kommen sie irgendwie an eine Karte ich hab keine Karte mehr ich hab diesen blöden Bug wo ich gestorben bin ähm wer wollte uns jetzt abholen ok einen Moment bitte ok er besorgt mir jetzt noch ne Karte Zwaki ihr seid aus dem Gefängnis ausgeboren wunderbar Jackpot Jungs jetzt jetzt müsst ihr euch positionieren positioniert euch am Fröschtrumpf ihr seid die letzte Rettung um das Geld zu bekommen der holt das jetzt bar ab wie 9,1 Kilometer ok wie sollen wir das abholen wir sind 9 Kilometer von dem scheiß Teil entfernt alles gut ich brauch nur irgendwie ne Karte sonst kann ich ihnen den Standpunkt nicht sehen so ich möchte dass ihr Kollege Wasser einem äh Isar ihnen die Waffe jetzt abnimmt Wasser ist er ist das ja ja er oh wer tut's mich an hey hey warte ich ey die haben mich sogar freigelassen ich darf hier auch ein Polizeihacko rumspazieren haha voll geil ey furcht ich hab jetzt was ganz böses gemacht was das müsst ihr ja nicht weiter sagen nein aber jetzt versuch äh schnell so schnell ja ja ich bin grad ich hab grad umgelockt jetzt geh ich nach der Tierra ich hab nix mitbekommen ja ich auch nicht ähm seit NLP hier ist die Karte auf 7,0 Kilometer und fast überfahre ich den Spasten wunderbar ich merke schon mit ihnen kann man auf jeden Fall vernünftige Forderungen verlangen und sie versuchen auch nicht hier irgendwie Tricks 17 einzuwenden so hast du schon gesagt was er warte warte er nimmt ja pass auf ne hab ich ihm noch nicht gesagt deshalb ähm ja gut dann warte bis wir uns da passiert haben ja wir brauchen eh voller 6,2 Kilometer wo seid ihr gerade? ne das ist alles soweit in Ordnung ich vertraue ihnen dementsprechend hoffe ich dass das Verdauen gegenseitig ist ich werd nämlich langsam sehr geladen ich hatte einen Familienurlaub geplant ähm dennoch fordere ich ein anderes Fahrzeug ich fordere nur ein anderes Fahrzeug sag dem die sollen ein äh SUV oder sowas wir möchten ein Geländewagen 5,2 Kilometer vom Treffpunkt entfernt äh ich hab ne Karte die Jungs haben mir ne Karte gegeben so Froschstumpf wir können jetzt losfahren hab auch schon markiert äh wie im Gruppenchat ne hast du nicht fuck scheiße hast du nicht dann haben wir einen scheiß Stein ins Auto gesprungen du hast nicht markiert markier neu hab ich nicht ne du musst im Gruppenchat markieren du Pfeife hab ich der holt noch das Geld ab warte ok ey geile scheiße das ja gemacht Übergabe ich brauchte mal kurz Hilfe ich bin leider gestrandet ja wir können nicht ja wir sitzen ja noch im Auto fest ich spawle jetzt in Kameran äh Natira Neu hat jemand irgendwie grad Zugriff auf Geld dass er mir Geld geben kann weil dann kann ich ihm die Kampeli holen ja ich äh könnte ich aber ich bin am ATM bei der Polizei ich könnte da dran aber dann bringen die mich glaub ich um ja mach einfach nein bist du besoffen die das merken doch mach einfach kann jemand zu mir kommen Leute ich bin jetzt im Haft gespawlen im Knast gespawlen wieso das denn ich bin doch ausgebrochen ja aber du bist disconnected warte 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 der Polizist redet mit mir so habt ihr das jemand gehört Achtung Achtung ihr müsst euch jetzt positionieren und die sagen jetzt wo die Geisel ist letzte Chance ich muss ihnen das jetzt sagen ok ich werde sie lotsen wir fahren erstmal los der Herr wir fahren jetzt Richtung Truck Shop erstmal unterhalb von dem Polizei Akku wo wir auf welchen Shop zum Truck Shop wir fahren jetzt fahren sie runter von Markku okay wir müssen auf die Hauptstraße lass dir mal so ein bisschen hin und her fahren ich hab ne lustige Idee lass dir mal im Kreis fahren dann komm ich jetzt mal nicht in Pyros fahren so schnell wie ich komm da hin und dann schnellen wir den von hinten weg keine gute Idee doch das ist eine sehr gute Idee ich muss mal auch wenn man das ein Teufel ist man sagt ich bin jetzt mit ihm im Auto Bezweifeln Sie bitte nicht meine Frage ja ich sehe es gerade schon aber alles in Ordnung sie sind auch ein bisschen am De-Sink so sie machen doch sicherlich auch als ziviler Bürger und Polizist dieser Stadt auch das Licht an oder warte mal dass er anhalten soll ich höre ein Auto oh da kommt ein warte so wir bist du da? nee wir fahren jetzt gerade Richtung Truck Shop so finde ich noch richtig Markus Achtung Ruhe sie fahren jetzt rechts ne übernächste rechts nein die nächste rechts sie fahren jetzt erstmal gerade aus die nächste genau die nächste rechts damit wir auf die Hauptstraße kommen dort stehen irgendwie im Kreisraum alle keine Wange mache ich 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 fahre mit dem ihr müsst euch jetzt schnell Alarm vor ich so positionieren Achtung 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 ok jetzt rechts ich komm da auch hin ich bin da fast da so die nächste Gabelung fahren sie dann rechts rein das ist ein kleiner Feldweg ich sag ihnen dann frühzeitig Bescheid ok also und dann genau so zum Laufen auf du schlampfen das witzige ist der Tuckert hier auch mit 30 Sachen rum hier rechts hier ja sie müssen wieder sich ein bisschen weiter links jetzt halten damit wir jetzt wieder auf die Straße kommen da war auch eine Straße aber ist egal ja da Arscher ich bin da ja Lightning hat der Polizisten eine Waffe alles klar ja ne P07 ne P07 wie kannst du ihm dann sagen wenn ihr beim Froschum seid kann er mir die geben damit er dann keine mehr hat und dann kann ich die wenn sie weg von hinten abknallen weil ich bin jetzt gerade aus dem Knast ausgebrochen bin da direkt 800 Meter von entfernt naja gut so sie fahren jetzt einfach geradeaus bis wir auf eine Straße treffen ok ok ja ok sagen sie einfach an steht da in der Garage hier vom Pyrrhus äh ne 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 na ne ne uhr 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 ja ja direkt in der ok also die alle Forderungen ein ich könnte sogar ein Donut von dem bestellen ich sage dir wie weit wir entfernt sind wir sind 3,6 entfernt ich hole auf 3,8 komm du scheiss Karo du kannst auch so eine zweiterweise schneller komm nimm Gas 2,9 das ist doch scheiss wenn man Dinge nicht aufmachen können ich kriege gerade eine Meldung von Spyglass nur weil ich das 10 F9 Menü benutze ok 2,3 Kilometer Leute wieso gebe ich die ganze Zeit Gruppenkommentare oder Gruppenkommentare warte der andere Polizist kommt gerade der andere Polizist ist gerade bei mir du kannst doch mal fahren ob der man uns hier abholen kann dieser Offroader dieser Offroader sieht doch schnick aus damit können wir doch gerne weiter fahren noch 1,5 Kilometer bis zum Treffpunkt ja ich bin jetzt noch 130 Meter davon entfernt bin zu Fuß los gehts der Herr ihr könnt ihr direkt zu mir fahren und euer Treffpunkt ist übrigens im Wasser ja das ist gut ja das ist super der ist wirklich seinen Wagen geschrottet ok sie folgen wie gesagt der Straße jetzt einfach und passen sie diesmal ein bisschen auf hat er sein Fahrzeug geschrottet? ich werde ungeduldig nämlich ja der hat sein Fahrzeug geschrottet wie ich es wusste weißt du warum ich da gesagt habe wir fahren auf Querfeld ein gerade ich bin auch Querfeld drinnen warte ich mach mal Licht aus ok so warte so halten sie sich jetzt ein bisschen weiter rechts damit wir auf die Straße kommen genau alles klar vorsichtig und jetzt links die Hauptstraße weiter fahren wo bist du? wie weit bist du weg? hier in etwa mit welchem Polizist fahrt ihr gerade? ich kann nicht reden gerade ich bin sieben Kilometer weg so Achtung wir sind jetzt unterwegs ne? jetzt kommen wir so jetzt fahren sie bis zur T-Kreuzung und fahren rechts die übernächste rechts markieren wir gerade wo ich bin ok ich bin hier ok wunderbar ich bin übrigens mal ne MG ausgestattet hm ja wunderbar ja ich bin mit Nightvision ausgestattet ja ich hab gar nichts ich hab ne Karte von ihm bekommen komm mit Nesterrider könnten sie bitte etwas Tempo zulegen wurde freigelassen wollte ich auch gerade sein du bist freigelassen wirklich so leu aber ich bin schon lange aus dem Knast ausgeworfen äh das ist kratzt ja aber wir haben grad einen Hack heute deswegen ja das haben wir schon bemerkt müssen wir gucken ja das haben wir schon bemerkt wenn sie das bemerkt haben ok der gute I love it ist ja administrato und befindet sich und bei mir und dem sei guter Junge ist auch nicht zögernd den Abzug zu drücken wenn sie mich hinters Licht führen sollten rechts bitte alles klar guck da wo ich bin fahr an mir vorbei fahr an mir vorbei mach in der Nähe die Übergabe ja ja wir fahren kann ich nur noch gehen abschießen sobald der frei ist wir fahren jetzt gerade durch Dori da Na aber England hast du noch eine zweite Waffe aber dann kann ich zu dir kommen wir fahren jetzt ich hab nur ich soll jetzt links halten links vor die Landstraße weiterfahren ja ruhig auf der Straße bleiben bitte die 45er hab ich das sind 300 Meter bis zu dir komm mal ein bisschen näher ran kann ich nicht mein Auto ist leider gegen den Stein gefahren mein Auto ist gegen den Stein gefahren die dritte rechts die dritte ok genau noch 5 Kilometer ja wir werden eher da sein 1 wie hier nein die nächste ok wir sind jetzt genau in Dorida wir sind genau in Dorida Leute wir sind jetzt hier ich markier's euch eben ja ok da sind wir jetzt hier ja ja links die nächste alles will in polizei team 2 soll jetzt empfehlen jetzt können sie ruhig etwas Geschwindigkeit aufnehmen denn jetzt fahren wir die Landstraße erstmal ein paar Meter gib mal Gas der Tuck der Tuck hat hier mit 30 Sachen rum kann ich noch nichts für sag einfach dass er schneller fahren soll sonst haben wir ein Problem ja jetzt fährt er schneller ja wenns geht wenn sie schneller fahren können dann schneller fahren bitte ja ich hab nicht mehr viel Leben bei mir ist der Bildschirm manchmal rot ah der hat noch nicht mehr viel Leben der hat noch nicht mehr viel Leben der hat noch nicht mehr viel Leben sagt er mir gerade der hat äh Bildschirm rot Jackpot ihr müsst aber gleich oh fuck hier könnt ihr mich schon spotten könnt ihr mich schon spotten Jo danke ich tau dem Bulle da nieder gleich ja ich gehe hier in die Decke und dann schlafe ich nieder ist das dieser ist das mit diesem Pfeilen sag mal ungefähr wo du bist ich bin jetzt hier warte ich mache mir um die Stelle eigentlich noch zwei Kilometer da ok gut geradeaus geradeaus weiterfahren schreit ein weiter ein bisschen ich bin da ein bisschen nach Niemens bisschen nach Niemens ist auf mich gekommen ja wir werden ja kann ich mein Fahrzeug flippen sieht man mich ne wir waren ich hatte gerade noch Besucher in meinem Zimmer dementsprechend musste ich gerade ich habe vergessen mich zu muten ja ja kein Problem ey das ist voll das Küken wen habt ihr euch denn da eingelangt England Wasseresser ja ja hier Moses aber der ist ganz cool Moses ja Moses ist jünger ja ja aber der ist nett ich muss ihnen sagen sie sind ein ganz netter Herr ja das ist aber noch von ihnen links dass ihnen das auffällt jetzt bitte links quer fällt ein aber schieß doch nicht auf die nein doch nicht schießen der kommt schon mal in die richtige Richtung sag ihm jetzt so sein Licht an und ausmachen bitte das Licht jetzt an schalten und rechts lang ein bisschen rechts halten er wie bitte bitte rechts halten bitte rechts halten so genau und jetzt geradeaus ich kann so ein Scheinwerfer sehen ich glaube ich kann so ein Scheinwerfer sehen alles klar ja ich sehe so ein Scheinwerfer guck auf die Karte wo wir sind ja ich kann sehen ich weiß ja wo du bist ok gut ich fahr gerade in der Karte aber noch nicht schießen noch nicht schießen nein nein erst wenn du ausgestiegen bist nein ich muss ihn noch vorwarnen weil sonst ist es rdm das weißt du doch wobei ihr könnt ihr könnt von der Entfernung schreien ihr könnt von der Entfernung schreien die einer muss mal von euch Hilfe gleich schreien rechts 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 nicht weiter nach links weiter rechts fahren ok fahren sie bitte halten sie sie bitte weiter links genau ich sehe euch ich hab euch im Visier ok fahren sie geradeaus jetzt und rechts jetzt wieder ein Stück rechts ein nach rechts ja so und jetzt fahren sie bitte geradeaus ja und jetzt fahren sie bitte geradeaus Richtung das Wasser hier Richtung dem Wasser am besten sag ihm mal bitte er soll nicht durch die Büsche fahren weil ich in einem drin sitze richtung Froschdumpf oder wie genau das ist korrekt der Buschmann bitte weiter rechts halten bitte weiter rechts halten oh ich stehe den weiter geländewagen jetzt jetzt ein bisschen schneller wenns geht links halten und ein bisschen Gas geben mal kopf schon kopf schon bitte weiter fahren nicht anhalten ich sehe das Licht ich sehe das Licht ich sehe das Licht ganz ne Entschuldigung der Typ ist so fällig der Typ ist so fällig hast du ihn im Visier vorsichtig nicht ins Wasser nicht ins Wasser einfach rechts dran vorbei ja fahr hier links genau hier in den Buschmann vorbei so dass er hier in diese freie Fläche kommt ja sollen wir an am besten direkt vor mir ok so warte so jetzt muss mal einer von euch Hilfe schreien Hilfe einfach dem Wasser folgen oder mach du Hilfe Stehen bleiben Stehen bleiben so das musst du noch mal machen weil das kann nicht überall bitte steigen sie ja dann jetzt aus bitte steigen sie dann jetzt aus ähm aber ich mal dass all ihre Kollegen mit gesenkter Waffe da sind so und sich vorne dran ausstellen die Geisel ist da vorne sollten sie irgendwelche wo genau zeig mal irgendjemand ne Geisel wo ist die Geisel genau England zeig du dich mal als Geisel ich möchte sie sehen mach mal Shift H und zeig dich als Geisel ich hab keins ja die Geisel ist da vorne wer ist die Geisel ich möchte gerne einen Namen der Isle of England mach du jetzt nicht Geisel oder so äh wie soll ich denn gegen solche Enkel du hast Angst ja du hast Angst Boris Ziel auf ihn Ziel auf ihn ok ich geh wieder mal ich habe Ingame geredet er weiß schon was abgeht ich bin so doof äh wer ist die Geisel echt darf ich das noch wissen sofort aussteigen Moses sofort aussteigen ich habe keine Geisel warum soll ich sie haben keine Geisel aussteigen und auf den Boot ne oder ich schieße die 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 1 1 2 3 Feuer Feuer ja ich wollte die Waffen von ihm ich wollte die Waffen von ihm boah scheiße boah ich habe die Explosion überlebt ja ich nicht Markus hat mich getötet wieder mal hä wo war der denn wo war der denn der hat sich irgendwo versteckt irgendwo wieder der hat sich die ganze Zeit positioniert glaube ich was auch ja ach schade hätte so schön klappen können aber geil ja war auf jeden Fall sehr geil naja ich muss äh noch was anderes machen ähm sag kurz mal Bescheid dass ich ähm ja sollen wir uns jetzt nochmal treffen alle in Kavala und dann nochmal dick äh jetzt aufdrehen kurz hier mal kurz ein bisschen ja ich muss aber jetzt erstmal was essen muss nachher das mal alle kurz in Kavala treffen und dann äh verabschieden wir uns alle mal hier ja was jetzt nicht wie soll ich das denn machen wie soll ich das denn machen ich häng ja immer noch ins Twider ja dann spawn um geht nicht ich bin doch verhaftet also ja ich komm nach Kavala wo der denn Kavala ja direkt sehr geil Lightning wo denn noch Kavala ja zum Aktplatz würde ich sagen sehr ok ich bin aber noch bewaffnet ich hab noch mal gewonnen ja ist ja egal mhm stell mich dann einfach daneben sooo an alle Spieler die jetzt mitgemacht haben bei der riesen Aufnahme Session mit dem Isle of England dem Administrator von diesem Server ich bedanke mich erstmal an alle Spieler die jetzt überhaupt hier voll abgeregt abgeregt der Domien oh er wurde getasert abgerockt haben ne ich weiß das hab ich ja gesagt Lightning sorry dass ich dich runterziehe wer war denn jetzt die Geisel sooo erstmal bitte zieh mich wieder hoch sonst werde ich gerade richtig sauer weil ich bin gerade darf ich mit nach oben ja darfst du und sollte man mich nochmal einen Moment bitte könnte man jetzt da mal so mein Kopf hier hinschicken einen guten Tag Mose du bist mitten in einer YouTube Aufnahme und ich finde es gerade nicht witzig dass Damin mich tasert da ich New Life habe aber macht nichts nur zur Information ich wollte gerade euch noch alle loben dass ihr so gut mitgespielt habt aber jetzt werde ich hier festgenommen und das ist ein bisschen lächerlich gerade das glaube ich deshalb sag mal die Mien der soll mich sofort freilassen werde ich für einen Moment Wunderbar so Freunde an alle Zuschauer die mal wieder eingeschaltet haben war auf jeden Fall eine sehr geile Aktion erstmal riesen Dank an Hellboy der sich hier tapfer geschlagen hat und gut mitgemacht hat auch wenn er den besorgten Vater als letztendlich Knastaufenthalt hatte nee hat schnell du hast den doch nicht bekommen ja dann klar ganz klar an Nosy ein riesen Dank und ja das ist ganz klar und ähm an Ilof auf jeden Fall der gerade genau du bist auf jeden Fall nee wo bist du denn ah ok so dann würde ich mal sagen ja Freunde an alle die auf jeden Fall mit bei der Aufnahme mitgewirkt haben riesen Dank auf jeden Fall an die Administratoren und die Community des Servers richtig geile Aktionen mega geile Aufnahme und ich würde mal sagen hat irgendjemand ein Music Bot hau hau raus ey hau raus lass mal Helene Fischer laufen hau 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 ich hab Dummy ausgeraubt wie gesagt Social Medias und alles andere sind unten in der Videobeschreibung den Server findet ihr da natürlich auch und dann würde ich sagen haut da rein bis zum nächsten Mal euer Learning App und ciao, ciao.